Hallo Hey, du bist der nach dem ich suche. Slagdron will mit dir reden. Alter Vater Hallo Was für ein Chaos? Die Stadt geht zugrunde. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slagdron. Er will reden. In der Destillerie. Wieso bist du schwarz? Alles klar. Machen wir doch mal. Machen wir. Wir gehen einfach in eine dunkle Ecke und in eine Destillerie. Wenn das so ist. Ich hoffe nur nicht, die greifen mich an. Du betrittst neutrales Gebiet. Ich weiß nicht was das heißt. Was heißt neutrales Gebiet? Heißt die greifen mich jetzt leider an oder keine greifen mich an? Ne, keine greifen mich an. Diese Person ist beschäftigt. Und Äh, da Springmine Das, das, das Und Okay Sonst nichts Da hinten ist eine Da hinten ist eine Da oben war doch was Dann nicht Hier wird ein starker Toten gebraut. Ich probierte ihn einst. Ein geschmackiges Flusskriechen destilliert. Okay Wenn du das sagst, dann könnte es auch so sein. Darf ich eben hier rein? Da, ich sehe es. Ich sehe es. Wie komme ich denn da rein? Ich brauche einen Schlüssel. Aber dafür müsste ich die hier glaube ich angreifen. Hm, ich weiß noch nicht, ob ich das machen sollte. Hm, machen wir mal was das? Ich weiß nicht was das ist. Was sind die vier? Keine Ahnung. Ähm, machen wir mal... Ja, machen wir mal das. Falls jetzt irgendetwas passiert und wir abhauen müssen. Ich dachte das wäre Geld. Geld hätte ich gerne mitgenommen. Zack Zack Und Zack. Meins. Halt meins. Oh, Ratten. Geil. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht die Seuche zu bekommen. Drink bis zum letzten. Das ist mein Motto. Essen, Essen, Essen nehmen. Ne, leere Flaschen nicht. Lesen. Einmal für euch. Und, oh, Bunting. Bunting, dieser Kunsthändler hat Geschmack. Wenn es jemanden dann wohl gibt, von dem man was klauen sollte, dann ist er das. Wer immer seinen Tresor knackt, kriegt den doppelten Anteil. Gezeichnet. Slack Joe. Okay. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Nur vielleicht. Man tanzt das alles noch ziemlich easy hier. Wir müssen hoch, glaube ich. Oh. Sieht ja einladend aus. Was. Oh, alles klar. Momentan. Ist hier auch alles noch ruhig, ne? Hallo. Darf ich dir was klauen? Ne, noch nicht. Okay. Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slack Joe kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pendleton Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden. Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, bildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani, lebe ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Uuuuh. Das heißt... Ähm... Nochmal in Galvani's Büro. Und dann können wir auch, glaub ich, das Buch da eigentlich kriegen. Hallo? Och, schade. Können wir hier raus? Bitte. No smoking. Ja, können wir. Sehr gut. Gehen wir raus und in Galvani's Büro. Was zum Teufel glotz du so blöde? Halt's Maul. Alles klar. Die lieben sich. Jetzt müssen wir noch irgendwie, ähm... an dem Geschütz da vorbei. Feindseliges Gebiet. Was? Nee, ich bin nicht da. Oh! Was? Hey, was soll ich denn jetzt machen? Nein! Wer... Wer seid ihr? Alter, was da... Wer sind die Attentäter? Da ist sicher jemand. Aufgepasst! Okay. Wieso hab ich Attentäter hier? Da ist noch ein Attentäter. Alles klar. Ja. Ne? Alles klar. Gehen wir erst mal in Dr. Galvanis Büro. Da vorne war noch einer. Genau. Den Weg haben wir auch schon mal genommen. Wurden wir dabei irgendwann mal entdeckt. Du siehst mich nicht. Hä? Keine Ahnung. Sanktai. Zuck. Zuck. Ah, boah. Das war ein Stachel. Nein, nein, nein. Scheiße. Nein. Boah. Boah, Junge. Klopptiana fast besser als zuvor, ne? Nehmen wir hier mal alles. Gehen da mal rein. Ja, wir gehen da mal rein. Alles klar. Haben nur noch Hälfte des Lebens. Und... Brauchen noch mal das Herz. Da oben ist einer. Okay. Okay. Die will ich haben. Alles klar. Ähm... Genau, die... brauchen noch etwas. Das ist tödlich. Da ist eine Pistole. Wie ist das? Solche Pistole benutzen? Pistole ist unnötig. Mhm. Benutze ich das mal. Die sehe ich jetzt aber nicht. Aber die sehen mich auch nicht. Jetzt sehe ich sie. Scheiße. Ich muss da nochmal rein. Dreht dich um. Komm. Dreht dich um. Komm. Ja komm schon. Bleib doch. Da ist wieder Wanted. Jetzt muss ich wieder hoch, ne? Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. Ah, hier rüber. Aber einen noch höher. Okay. So. Genau. Hier muss ja die eine komische Frau leiden mit dem anderen. Jetzt habe ich wenigstens auch die Fähigkeit. Oh! Ich glaube, er ist tot. Oder? Natürlich. Aber haben wir Verdächtige? Cool. Verdächtige? Verdächtige? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Ich gebe denjenigen einen aus, der es getan hat. Aber was schreibst du in dem Bericht? Ich werde schreiben, dass wir da einen von Slackjaw's Männern fanden. Tot und blutig. Und dass du ein Riesenidiot bist. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Das glaube ich. Was ist das für ein Mann, Alter? Gehen wir mal da rein. Da ist das Loch wieder. Was geht da drüben? Vorsicht! Hm. Was soll ich jetzt nochmal machen? Ähm. Finde Crowley. Ja. Was soll ich damit machen? Halt. Finde Crowley. Ja. Ja. Und dann? Kann ich... Ich kann da nicht rein. Wieso kann ich nicht in dich rein? Beherrschung nicht möglich. Beherrschung nicht möglich. Wieso? Hallo? Kann ich in dich? Nö. Loll. Ja. Ja. Und dann? Ja, du hast nix gehört. Dann soll's gut. Ich will dich gerne beiseite räumen. Weil du machst viel Stress. So, alles klar. Ähm, Beute. Hallo. Ui. Geil. Da ist das Buch. Hahaha. Ich wusste es doch. Da ist die Rune. Klappt doch. Dr. Galvanis Geheimnis. Eben hier für euch. Geil, ne Tasse. Okay. Und sonst nichts, ne? Alles klar, okay. Nochmal die nehmen. Nochmal hier. Zack. Ein Glas. Hier ist doch unabhängig noch was. Die Seuche. Nochmal hier lesen. Und ansonsten tragen. Was ist das? Ah, okay. Leere Flasche. Alles klar. Ey, die soll ich doch untersuchen, oder nicht? Wo ist denn die Leiche? Was soll ich denn hier untersuchen? Oh, was soll ich jetzt machen? Äh, jott. Suche nach Hinweisen bei Crowley's Leiche. Das ist doch Crowley, oder nicht? Warte. Crowley's letzte Nachricht. Die will ich gerne lesen. Notizen. Bücher. Die darf ich nicht lesen. Was? Das onward funktioniert nicht mehr. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ähm, gab einen kleinen Fehler. Das wollte ich nicht. Sondern das hier. Nee, die ist echt nicht da dran. Okay. Ähm. Die habe ich. Jetzt soll ich zurückkehren, ne? Ich weiß nicht mehr. Äh, Ziele. Genau. Hier. Genau. Audiograph zu Slack. Jean zurück.